hallo liebe leute und willkommen zu einer neuen folge vollgeist jetzt müssen wir einmal hier wieder schauen lebt es es will sich verbinden so wirklich lebt es nicht wir gehen hier schon mal auf start währenddessen kann er ja ich überlegen aber sich jetzt hier verbindet oder nicht hallo das läuft ja wieder so langsam müssen uns gleich ein bisschen sputen hier ich weiß gar nicht also ich hatte eigentlich kein interesse das mit tastatur zu spielen so jetzt leuchtet zumindest schon mal der xbox controller mal schauen schauen wir mal wo wir heute landen so auf geht's ich glaube das läuft ganz gut erstmal der eine ist noch vor mir also bis jetzt oder vielleicht wahrscheinlich noch mal ein bisschen den man ein echt jetzt hat er es vor mir geschafft nein kommt schon ach da kommt noch mehr ok scheiße echt schön wenn er noch mal irgendwo hängen bleiben würde so wie ich gerade ah schade erster platz werden wir nicht aber zweiter ich glaube das lässt sich auch gucken sehen glaube das lässt sich auch gucken ist das neue sprichwort aber hier also ich glaube am anfang waren wir wirklich bei denen bei denen also es geht nach schwierigkeit hier sind doch noch viele ich glaube wenn man jetzt hier die ersten male wirklich gut spielt oder zumindest erster wird von den anfängern dass man dann im ranking anders gematcht wird weil wenn wir überlegen bei der letzten folge war fast gar nichts also da haben wir ja mit fünf weniger in die nächste runde gegangen weil die nicht geschafft haben zu springen ich glaube das haben wir noch nicht gehabt okay gehen wir oben lang da war noch mal die dreher probieren ich vermute ja nicht dass wir also ich vermute dass wir hier nicht erster werden sag ich euch wie es ist wir gucken jetzt erstmal dass wir die dinger hin mitnehmen wir sind ja ähnlich der von gerade bis jetzt läuft sie eigentlich ganz gut ja komm komm na komm ok oh nein egal komm 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 lauf Lauf, 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 lauf. So. Oh nein, komm schon. Oh fuck. Oh nein, das war's mit dem ersten Platz. Ärgerlich. Naja. Aber das ging doch besser als gedacht, ne? Wir werden hier sterben. Mehr als einmal. Aber wir haben am Anfang nicht runtergefallen. Wir haben zumindest zweiter geworden, ne? Also das ist schon mal... Das meine ich, ne? Wasami? Gut's da? Ja, das ist doch was. So, guck mal, hat er auch geschafft. Als letzter. Naja, unter den besten 20 ist immerhin was. Oh, den nehme ich auch hier. Den dinosaurier Kopf mit den Hörnern. Okay. ach das ist das mit dem scheinwerferlicht das scannen wir mittlerweile schon zu genüge das wird ganz gut funktionieren gehe ich mal von aus wo sind wir da drüben glaube wir werden hier uns sofort links hingeben da kriegen wir die beschleunigung genauso leute erster platz das war schon ganz gut glaube ich aber ich staune ich dachte nicht dass wir hier erster werden weil wir ziemlich weit abseits waren ja er weiß glaube ich auch nicht so wirklich wohin mit sich stelius v11 los mein gutster hau rein ja nee ich glaube das ist schwierig gegen den strom laufen ist immer ein bisschen schwierig mein freund schade jetzt die gegönnt zwölf qualifiziert läuft bei uns wobei beim letzten mal war das auch gewonnen ich habe zwar immer noch nicht wirklich verstanden wie es funktioniert hier stellt sich nicht auf gemusterte da bleibe ich einfach stehen oder und man stehe auf dem grün muss eigentlich das nächste mal erst da runter gehen wenn ich das ding drehen möchte ne ja okay der dreht sich jetzt als erstes so und selbst wenn der sich da ach so nicht so pfiffig und selbst wenn der sich gleich dreht springe ich da rüber ne hände aus das ist ja lustig wenn wir nur durchstehen gewinnen würden aber ich glaube ganz einfach wird das nicht geh doch weg bruder verpiss dich ach nein 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 ah okay habt ihr das gesehen wie cool war das denn also ich weiß gar nicht ob das ein bug war oder so aber das war jetzt gerade schon ein bisschen cool ein bisschen habe ich mir gefreut dass der da runter gefallen ist der mich da wegdöpfen wollte nennt sich kammer ich bin gespannt kapitän mütze kriegen wir ja vollo noch mehr nicht schade aber hier was anfordern abholen 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 so so outfits oben nehmen wir die mütze mit ne ah wobei ich finde die feste ne ich glaube ich mag die feste so das war die folge vollgeist ich bedanke mich fürs zuschauen schaut mal bei discord vorbei lasst mir ein abo da lasst mir ein like da guckt euch mal die anderen videos an das wird gut versprochen vielleicht ein bisschen vielleicht bin ich auch ein bisschen tollpatsch da drin in diesem sinne bis später ciao ciao ciao